Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA-Podcast. Logan Paul vs. Anderson Silva soll am 19. September stattfinden. Aber wie es überhaupt dazu kommt, gibt es in dieser Episode viel Spaß dabei. Lasst vorab gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follower bei Spotify oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes. Ja Leute, Logan Paul hat zuletzt gegen Floyd Mayweather geboxt und jetzt steht der nächste Fight an, Logan Paul vs. Anderson Silva. Eine sehr spannende Ansetzung. Das Ganze soll am 19. September stattfinden. Und das Ganze geleakt hat der gute Freund von Conor McGregor, Dylan Dennis. Dylan Dennis hat nämlich eine Instagram-Nachricht geleakt, wie jemand ihn angeschrieben hat und gefragt hat, hey, am 19. September haben wir Logan Paul gegen Anderson Silva. Wie sieht es aus? Möchtest du dort ein Grappling-Match bestreiten? Und Dylan Dennis hat das scheinbar nicht so gefeiert. Also Dylan Dennis hat die Nachricht einfach öffentlich gemacht. Und nichtsdestotrotz ist die Nachricht, dass Logan Paul vs. Anderson Silva in der Arbeit ist, eine sehr spannende. Denn wir müssen verstehen, dass die beiden Paul-Brüder sehr unterschiedliche Ansätze hier fahren. Jake Paul macht viel Trash-Talk, viel Wirbel und boxt dann nicht gegen Boxer. Logan Paul auf der anderen Seite, der hat gegen Floyd Mayweather geboxt. Jetzt will er gegen Anderson Silva boxen. Und Logan Paul ist tatsächlich auch sehr gut, also relativ gut mit Dana White. Bei UFC 264, also Conor gegen Paul Ray 3, saß Logan Paul ebenfalls in der Arena, wurde dann von Dana White angerufen, während das Event gelaufen ist und weiter nach vorne geholt. Zu den Billionaire Seeds, also zu den Milliardärsplätzen, wie Dana White sie genannt hat. Dort wurde Logan Paul dann hingebracht. Das heißt, das Verhältnis ist auch zwischen der UFC bzw. Dana und Logan Paul ganz gut, was bei Jake Paul ja nicht der Fall ist. Eine spannende Ansetzung. Also Logan Paul, der hier nochmal gegen einen wirklich sehr starken Kampfsportler kämpfen will, dass Anderson Silva boxen kann, haben wir in seinem letzten Fight gesehen. Er hat gegen einen ehemaligen Boxweltmeister gewonnen. Und ich bin gespannt drauf, also ich freue mich drauf. Was meint ihr? Wollt ihr Anderson Silva gegen Logan Paul sehen oder nicht? Schreiben wir eure Meinung unten rein. Folgt Willove MMA auf Instagram. Und damit hören wir uns. Ciao Leute. Bis zum nächsten Mal.